Ja, hi Leute, Wolfgang hier mit einem ganz kurzen Video. Diesmal kein Tutorial, keine Anleitung, sondern echt mal eine Frage an euch. Und zwar, wenn ihr es mit einem Wort oder maximal einen ganz kurzen Satz beschreiben müsstet, was wäre für euch, was wäre für dich das Killer Feature von TYPO3? Der Game Changer, der Grund, warum du lieber mit TYPO3 arbeitest als mit anderen Systemen? Schreibt das mal gern unten in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Also dein Killer Feature, dein Hauptgrund, warum du TYPO3 nutzt. Lass mal hören.